Bevor wir nun unseren kleinen Ofen in Betrieb nehmen, zeige ich euch noch rasch, was es heute zum Abendessen gibt, also unser erster Versuch, das wäre eine Pilzpfanne aus dem Notvorrat. Dazu nehme ich getrocknete Pilze, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt da Shiitake genommen, weil die einen extrem starken Geschmack haben, Pilzgeschmack haben und sie nicht zu teuer sind, aber ihr könnt natürlich auch Steinpilze nehmen oder getrocknete Champignons. Aber getrocknet ist deshalb gut, weil es einfach einen stärkenden Pilzgeschmack gibt. Dann habe ich diese hier eingelegt und das ist nicht normales Wasser, sondern das ist die Flüssigkeit, die hier aus der Pilzdose stammen. Hier sind Champignons aus der Konserve und Bohnen aus einer kleinen Konserve und Eierschwemme, hier unten noch Eierschwemme aus einer kleinen Dose. Und dieses Dosenwasser, da drin sind jetzt die getrockneten Pilze eingelegt. Was ich weiter habe, wäre hier Cashew, die ich zerstampft habe, ganz lange, dass sie extrem fein sind oder ganz zerstampft sind. Und dann habe ich etwas Wein hinzugegeben, dass so ein Cashew-Rahmen steht, aber ich kein weiteres Wasser benötigte. Hier noch der restliche Wein, den kann man natürlich auch ersetzen durch irgendwelche Brühe, aber Wein gibt einfach dem Ganzen einen guten Geschmack. Wir haben immer etwas Weisswein im Vorrat. Dann Pfeffer, Salz, ein Teelöffel Salz ist das, dann geröstete Zwiebeln, zwei Esslöffel, ein Esslöffel getrockneter Knoblauch, ein Esslöffel Paprikagewürz. Da könnt ihr scharfes oder süsses nehmen, je nachdem, was euch am besten schmeckt. Und weil ja diese Pilze aus der Konserve immer in etwas saurem, also mit Zitronen versetzten Wasser sind, gebe ich da den Gegenpol mit Ahornsirup. Da könnt ihr aber einfach normalen Zucker nehmen, ihr könnt Honig nehmen, was ihr im Vorrat habt. Und was ich als erstes neu ausprobiere, was ich gefunden habe, ist hier Reis, fertig gekochter Reis im Beutel, also dass ich nicht noch Reis kochen muss und wieder Wasser benötige. Das ist auch extrem lange haltbar. Ich weiss nicht, ob das bei euch auch zu kaufen gibt. Normalerweise ist dieser Reis einfach, um im Mikrowellenofen zu garen. Ich tue ihn jetzt extra in die Pilzpfanne. Das sind meine Zutaten. Und jetzt legen wir mal los und heizen das Öfchen ein. Jetzt geht's los. Wir befinden uns hier in unserer Aussenküche und versuchen jetzt eben dieses Öfchen oder diesen Ofen in Betrieb zu nähren. Dann schauen, ob er funktioniert. Jetzt nehme ich ein Holz, das ich hier einlege und den Zunder. Das lege ich hier oben rein und dann ein wenig Kleinholz zum Anfeuern. So. 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 Jetzt sind wir gespannt. Ja. So. Jetzt fange ich mal an. Normalerweise brauche ich ja immer Öl oder Fett, aber jetzt haben wir ja alles aus dem Vorrat und ich habe eigentlich nichts, was ich anbraten kann. Also gebe ich jetzt einfach schon mal die Pilze, und die kleine Dose Bohnen und die kleine Dose Bohnen. Und jetzt warten wir mal, bis das anbauen wird. Und dann gebe ich auch gleich die anderen Pilze dazu und die kleine Dose Bohnen. Und jetzt warten wir mal, bis das anbauen wird. bis das ein bisschen heiss geworden ist. Jetzt fängt es an zu kochen. Jetzt gebe ich mal noch die Gewürze zuerst rein. Salz. Paprika. Mordlauch. noch geröstete Zwiebeln. Und den Ahornsirup. Jetzt gebe ich gleich noch den Weisswein dazu. So. Zieht schön, oder? Der Ofen zieht. Wir sind glücklich. So. Mit dem Reis warte ich. Der braucht ja nur zwei Minuten. Kenne mich da überhaupt nicht aus. Möchte ihn nicht zu früh rein geben, dass er dann vollkommen verkocht. Es geht ja darum, ihn nur noch kurz warm zu machen. So. Jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Ihr könnt auch getrocknete Kräuter natürlich wieder daran geben. Alles, was euer Herz begehrt, an Gewürzen. Wenn ihr die Pilze lang in der Flüssigkeit eingelegt habt, dann braucht ihr das jetzt nicht Stunden zu kochen. Wenn ihr Pilze genommen habt und die vielleicht noch nicht so weich gewesen sind, dann könnt ihr das länger köchern lassen. Und jetzt zum Abschluss, bevor ich den Reis hier rein gebe, kommt ja noch der Cashewrahm. Und jetzt zum Schluss noch dieser Reis. Mal schauen. Die muss man wahrscheinlich ein bisschen. Also dieser Reis ist im Moment störrisch. Genau, wie ein Esel. Aber vielleicht, wenn er jetzt kommt, langsamer, muss wahrscheinlich ein bisschen warm werden. Eis. So. Es geht. Es kommt. Richtig. So. Das ist das fertige Gericht. Was ich finde, ist einfach die Portionen sind natürlich für einen Notfall zu gross. Ich würde sagen, das Rezept kann man auch für drei Personen genauso kochen, sogar für vier, wenn eben eine Notlage ist. Da stopft man sich ja nicht die Bäuche total voll. Das Rezept werde ich unten oder die Zutaten euch unten noch aufschreiben in der Beschreibung. Und dann wünschen wir euch viel Spass beim Nachkochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Das würde uns sehr freuen. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.